Und bei uns geht es weiter mit einem rattenscharfen Produkt und damit meine ich nicht Ingo und Jesse, sondern einen Dell. Aber sowas von. Ein absolutes Lecker-Business. Es ist ein Dell. Und Dell, wissen Sie, steht für Qualität. Keine Frage. Aber Dell steht auch für sehr, sehr hohe Preise. Und wir zeigen Ihnen jetzt ein 2 in 1 Dell für kleines Geld. Und wie das geht und warum 2 in 1, das verrät uns jetzt Ingo. Ja, das ist ein Dell-Refurbished-Gerät. Das heißt, dieses Gerät war schon mal unterwegs im Geschäftsbereich. Wurde geleased von einer Firma. Und als die Leasing-Periode vorbei war, konnten wir es dann eben zu einem sehr günstigen Preis für Sie ergattern hier. Sie sehen, es ist ein Dell-Gerät. Das erkennt man natürlich auch sofort hier am Logo. Und der Rechner ist richtig schick. Schauen Sie mal, wie flach der ist. Wie schön der ist. Er hat einen 14-Zoll-Monitor. Und wenn ich den aufmache, legt er auch sofort los. Ein tolles, tolles Notebook. Und das werde ich jetzt mal dir geben, Jessica. Und dann zeigen wir uns mal, was man hiermit noch alles machen kann. Das ist also ein tolles Notebook mit einer riesengroßen Festplatte. Wir haben hier eine 2 Terabyte große Festplatte, auf der man prima arbeiten kann mit dem neuesten. Zack, kaputt. Jetzt hast du es kaputt gemacht. Kaum habe ich es in die Hand bekommen, habe ich es kaputt gemacht. Das ist diese tolle, tolle 2 in 1 Funktion, von der wir gesprochen haben. Versuchen Sie das bitte nicht mit Ihrem Laptop. Sie können hier nämlich den Monitor abziehen und haben dann ein vollständiges Tablet. Und zwar ein Tablet, was richtig, man sagt, auf Englisch sagt man immer, on steroids. Also das ist also so vollgepackt mit Technik. Es hat jetzt ein, die haben jetzt ein Tablet hier mit einer 2 Terabyte großen Festplatte. Und das ist natürlich auch zum Malen sehr schön. Man kann da wirklich alles mit machen, wie Sie es von Ihrem Handy kennen. Wir sind nun mal in einem Zeitalter, wo wir alle gewöhnt sind, alles mit Touchscreen zu machen, vom Handy und vom Tablet. Und hier haben wir jetzt ein Tablet der Extraklasse. Oh, das ist aber lieb. Hier haben wir jetzt ein Tablet der Extraklasse, da können wir eben mit malen. Sie haben auch gesehen, Jessica hat das eben gedreht und es hat sich automatisch mitgedreht. Die Oberfläche, es gibt ein Windows-Tablet, das heißt Windows hat auch einen Tablet-Modus, wo Sie genauso wie beim Handy ganz, ganz viele Applikationen und Programme sich runterladen können. Natürlich zum Filme gucken ist das ganz, ganz toll, hier eben zum Malen eben als Tablet. Aber das Besondere hier ist halt, dass wir hier ein Tablet haben, was wirklich große, tolle Werte hat. Das ist echt cool. Das ist ein Core i5-Prozessor, super schnell und hat halt unglaublich viel Speicherkapazität. Es ist natürlich Wahnsinn. Du hast ein 2 in 1 Gerät. Allein das ist schon mal ein Knüller für den Preis. Jetzt reden wir hier noch von einem Dell. Dell steht für sehr, sehr gute Qualität. Die gibt es schon seit vielen Jahren auf dem Markt und das heute hier ist ein Vorzugspreis von 599 Euro. Du hast es kurz angesprochen, das sind natürlich keine normalen Preise, sondern das sind Leasing-Rückläufe. Das heißt, die sind eigentlich so gut wie neu, weil die sind, wenn die nach diesen zwei Jahren geleased worden sind, kommen sie zurück zu einem der größten Refurbisher und dann werden sie auf Herz und Niere überprüft. Das heißt, Hardware und Software wird überprüft. Erst dann, wenn die natürlich eine Tip-Top-Qualität aufweisen, kommen die hier zurück zu uns. Was natürlich auch bedeutet, dass wir die nur in ganz, ganz kleinen Stückzahl hier haben. Ja, wir können die nicht nachbestellen. Das ist halt ein gewisses Kontingent, was wir haben. Den Clip haben Sie vielleicht schon mal gesehen. Aber ich liebe diesen Clip, weil da sieht man genau, was die machen. Die prüfen jedes elektrische Teil, machen den gründlichst sauber. Und das ist also wie ein neuwertiger, also für mich von einem Neugerät nicht zu unterscheiden hier. Und hier bekommen Sie jetzt ein super Notebook, was sich eben auch noch als Tablet benutzen lässt. Das Tolle ist hier auch, dass wir sowohl im Monitor als auch in der Tastatur einen Akku drin haben. Das heißt, doppelte Akkulaufleistung drin. Ein super schneller Rechner, der allen Ansprüchen gerecht wird. Egal, ob Sie jetzt Internet machen, ob Sie Fotos machen, ob Sie Videos machen. Sogar zum Gamen, also zum Spielen ist sehr geeignet. Richtig cool. Ich habe jetzt hier auch gerade das Wetter aufgerufen. Normalerweise auf dem Handy ist das ja richtig klein und hier kann man sich alles so groß angucken. Und hier alles touchscrollen. Macht Spaß. Ja, du kannst es auch noch größer und kleiner machen, wie du es vom Handy kennst eben alles. Weil das eben dann, das ist eben auch nochmal eine Erleichterung, dass wir hier eben keine kleinen Texte mehr haben. Guck mal, du kannst da richtig reinzoomen. Das heißt, du hast keine kleinen Texte mehr. Das ist ein super Rechner. Ich bin total begeistert von dem. Wir haben den vor zehn Tagen das erste Mal gezeigt. Der wird auch schon sehr, sehr gut bestellt, weil es eben so ein Universalrechner ist. Also hast du schon mal ein Tablet von einem Tablet gehört, was eine zwei Terabyte große Festplatte hat? Niemals. Nein. Also selbst für ein Notebook ist das schon sehr, sehr viel. Aber jetzt hier dieses 2.1 Gerät. Es gibt ja viele, die sagen, Mensch, eigentlich brauche ich ein neues Notebook. Und dann sagt die Frau, aber eigentlich hätte ich lieber gerne ein Tablet. So und jetzt ist es gerade nach Weihnachten. Dann denkst du so eigentlich noch mehr Geld ausgeben. Ja und das für zwei Geräte, das muss ja nicht sein. Und hier haben sie jetzt die Möglichkeit. Wir sind auch echt stolz darauf, dass wir ihnen das hier anbieten dürfen. Ich kannte das vorher selber noch nicht. Das ist hier recht neu bei uns. Es ist ganz neu. Wir haben das vor zehn Tagen das erste Mal gezeigt. Es ist super schick, super flach, elegant. Es ist ein richtig tolles Tablet. Hat vorne und hinten eine Kamera natürlich. Eine hochauflösende Kamera, mit der man dann eben tatsächlich auch noch die Bilder machen kann. Wie mit einem großen, großen Handy. Guck mal, die Qualität der Bilder, die wir hier haben. Und zack, kann ich jetzt ein Bild von euch machen. Kannst du ein Bild von uns machen? Ja. Das ist jetzt die Hinterkamera. Aber es hat eben auch eine noch nach vorne, wenn man Videokonferenzen machen will. Da ist man wirklich auf alles vorbereitet. Wir haben hier ein super Soundsystem auch drin. Also richtig tolle, tolle Tonqualität. Und ich liebe das einfach, meine Arbeit mitzunehmen auf dem Laptop. Und hier habe ich dann eben auch noch den Vergnügteil dabei. Das heißt, wenn ich mal Filme streamen will. Und jetzt nochmal schön grinsen. Was ist das denn? Er postet richtig so. Ja, natürlich. Wenn ein Bild, ein Hochglanzbild von mir gemacht wird auf diesem tollen Rechner, dann muss man auch posen ein bisschen. Das ist aber echt gut geworden. Das ist eine gute Qualität hier. Ja, die Farben sind... Und das kann man jetzt auch nochmal ranzoomen dann, ne? Das kannst du jetzt auch nochmal ranzoomen. Wie du es vom Handy kennst. Es ist also wirklich ganz genauso, wie man es vom Handy kennt. Ganz einfache Bedienung, intuitiv. Und es macht einfach Spaß, dieses 2-in-1-Gerät. Das ist so klein und kompakt. Ein komplettes Laptop mit super Tastatur, super Ausstattung. Plus dieses Tablet in einem Gerät. Und du hast auch ein eigenständiges Tablet. Das ist ja manchmal so, dass du dann noch die Tastatur hinten dran hast irgendwie. Das ist hier nicht der Fall. Du hast es also wirklich wie ein ganz normales Tablet. Aber ich kenne kein Tablet. Was mit diesen Werten? Die 16 Gigabyte, die 8 Gigabyte RAM, die wir hier drin haben, plus die 2 Terabyte Festplatte. Hier sehen wir mal die Werte nochmal drin. Wie gesagt, ein Core i5 Prozessor mit Windows 10 Pro natürlich. Hat alles drin. Bluetooth-Kartenleser. Du kannst sogar eine SIM-Karte reinstecken. Man hat ja nicht überall WLAN. Dann kann man eben so eine kleine Telefonkarte reinstecken auch noch. Ich bin absolut begeistert von dem Gerät. Auch dieses Zusammenstecken einfach wieder, wenn du ein Notebook haben möchtest, einfach hier dann anstecken. Das ist natürlich fantastisch. Das ist magnetisch. Ja. Du musst also nicht mal prökeln oder so. Du legst es einfach rauf und hast dann wieder dein Laptop dabei. Ist natürlich auch toll für Menschen, die sehr viel unterwegs sind oder auch Schüler, Studenten. Es ist klein, kompakt, wiegt nicht viel, hat aber tolle Leistungsdaten. Also dieses Gerät, dieses 2-in-1-Gerät wird eigentlich jedem Anspruch gerecht. Ob du hohe Ansprüche hast oder sagst, ich brauche es nur für den täglichen Gebrauch, um mal was abzutippen oder mal was zu recherchieren. Das ist wirklich etwas für jeden, stimmt's? Und für jeden Geldbeutel. Ja, das ist es ja. Dieses Gerät kostet normalerweise, ich glaube, die UVP liegt hier, glaube ich, bei über 2.000 Euro. Wir haben es jetzt eben hier zum TV-Sonderpreis, weil wir das eben als Refurbished-Gerät haben. Aber wie gesagt, Sie brauchen sich keine Sorgen zu machen. Das ist also wirklich für mich von einem Neugerät nicht zu unterscheiden. Leute gehen damit sehr gut um. Und dazu kommt es, dass es eben hier ein Geschäftsrechner war. Und das ist eine Geschäftsrechner-Serie von Dell. Das heißt, Sie sind natürlich auch noch sehr robust, sehen super schick aus und haben die besten Bauteile drin. Da können Sie sich also auch darauf verlassen, auf diesen Rechner. Das ist nicht ein billiger Rechner, das ist ein sehr, sehr hochklassiger Rechner, den Sie jetzt eben zum absoluten Superpreis bekommen. Das sind 599,99 Euro. Dazu müssen Sie auch wissen, das Ganze kommt versandkostenfrei zu Ihnen nach Hause. Und selbstverständlich mit 24 Monaten Gewährleistung. Das ist auch nochmal wichtig für Sie zu wissen, denn viele werden jetzt sagen, Mensch, wo ist da jetzt der Vorteil? Ich könnte es ja auch irgendwo auf einer Versteigerungsplattform mir ersteigern. Aber da heißt es gekauft, wie gesehen. Wenn da mal was ist, dann gucken Sie aus der Wäsche. Und hier haben Sie 24 Monate Gewährleistung. Es ist wirklich ein Tip-Top-Rechner, der hier überprüft worden ist von einem der größten Refurbisher weltweit. Greifen Sie jetzt zu. Es ist wirklich ein Sahneschnittchen. Da gibt es nichts zu meckern. Macht Spaß, ne? Ja, definitiv. Und vor allem, Lieser-Rückläufer, das ist keine veraltete Technik, ne? Greifen Sie jetzt zu, rufen Sie jetzt an unter der kostenfreien Hotline 0800 51 51 3x4 oder bestellen Sie bequem online unter www.world.tv.